Und damit Willkommen zur zweiten Episode Dorfbesuche mit mir in dem Fred, ich hab's ja gesagt, wir machen heute zwei Episoden Also wenn du weitere Dorfbesuche möchtest, like doch gerne das Video, dann seh ich, dass das gewünscht ist Und dass ich weitere Episoden machen soll und zwar Wollte ich nochmal eben erklären, wie man sich denn bewerben kann Schreib eine E-Mail an codembf at gmail.com und vergiss auch nicht Ein Bild dabei zu schicken vom Creatorcode mbf und vergiss auf jeden Fall auch nicht Dass du das Kürzel dabei schreibst Denn, das hab ich öfters mal gesehen, dass das nicht gemacht wurde Und dann kann ich euch natürlich nicht besuchen So, aber lange Rede, kurzer Sinn Wir werden jetzt mal direkt rein starten QYLG2LL9C Felix, das kommt mir so bekannt vor VFB Friedberg, der Clan kommt mir so bekannt vor Ich weiß es aber nicht genau Er hat mir auch geschrieben, dass sie Top 50 sind bei der Clanstadt Wobei ich halt nicht genau weiß Also irgendwie finde ich dieses ganze System von der Clanstadt und dem Ranking noch nicht so ganz ausgereift Ehrlich gesagt Aber nun gut Also, weiß ich nicht Sie sind auf jeden Fall sehr, sehr weit in der Clanstadt Das muss man mal so sagen Das kann man ja auch mal hier sehen Natürlich alles maxed und in Legend League in der Clanstadt So, jetzt weiß ich nicht, was passiert jetzt, wenn ich wieder nach Hause mache Ja genau, das ist nämlich genau das Problem jetzt, ne Jetzt ist nämlich wieder alles weg Also ich hasse, ich hasse es manchmal Dieses Spiel denkt teilweise auch nicht von 12 bis Mittag, wirklich QYLG2LL9C Okay, so, jetzt sind wir wieder bei Felix Also 204 Sterne Darum hast du auf jeden Fall noch ein bisschen Nachholbedarf Würde ich mal sagen 2661 Pokale Und er war schon in Champion 2 Wobei gut, wenn er sich jetzt halt Ja, auf die Clanstadt fokussiert Es ist ja auch der Sinn der Sache Bei Clash of Clans, dass da jeder das Spiel so spielt, wie er das für richtig hält Von daher absolut in Ordnung Skins am Start 779 und 835 Millionen gefarmt Und die Helden sind vom Level auch schon mal in Ordnung Ja, könnte ich ein bisschen hochziehen Aber auch 91 gewonnene Angriffe Das sieht schon mal sehr gut aus Level 162 ist er Und er schreibt Würde mich freuen, wenn du meine selbstgebaute Townhall 14 Base bewerten könntest Bin seit Townhall 12 fast maxed ein bisschen gerusht Und trage mit meinen ganzen Accounts zum Fortschritt in der Clanstadt bei Habe über 20 Stück, oh Gott Im Zweitklan VfB Friedhügel Moment, wie heißt das hier? Friedberg So, Moment Ich muss mir mal eben nachgucken Fried Das suche ich gerade auf meinem Handy Fried Berg Hessen Ah, ist ja gar nicht so weit weg von Oh, sieht ja schön aus Nicht schlecht Oh, 27.800 Einwohner Uiuiuiui Für meine Verhältnisse, da wo ich wohne Würde ich das fast schon als Großstadt bezeichnen Also, er greift mir den Parasiten an Hat die Dschungelszenerie Die gefällt mir natürlich wunderbar Vor allem in Kombination mit Rados 14 Ansonsten Wir sehen eine sehr weitläufige Base Würde ich jetzt, mein lieber Felix, auch als Hybrid bezeichnen Würde ich mal sagen Hier sehen wir eine Anordnung Die sehe ich auch öfters mal Wo wirklich sowas wie Ja, hier auch, ne Wo so Symmetrie drin ist, auf jeden Fall Andererseits Ja, es ist schon Es ist, es ist Aber es ist keine Hybrid Ne, 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 ne Es ist kein Hybrid Es ist die Frage, was du jetzt machst Denn wenn du jetzt ja hier bleibst In Meister 3 Würde ich die Base nicht so nehmen Weil du ja hier wirklich ein Lager Warte mal Ein Lager Zwei Lager Drei Lager Vier Lager außen hast Und das willst du eigentlich nicht Du brauchst das Elex Du willst das Dorf ausbauen Von daher Entweder gehst du hoch Also wirklich Legend Wo du nichts verlieren kannst Bei den Verteidigungen Oder du guckst halt Dass du die Lager integrierst Und reinpackst Denn so würde ich sagen Ist es halt Du siehst es ja selber, ne Die Parasiten Die kennen da nichts Und in Meister 3 Kannst du davon ausgehen Du wirst auch von den Parasiten angegriffen Deswegen würde ich sagen Da auf jeden Fall Insgesamt natürlich Vom Fortschritt und so weiter Kannst du hier ruhig Runden eine 9 von 10 geben Für die Base Keine Frage Nur würde ich halt echt gucken Ja, dass du Aber die Bauhütten Können wir die auch noch ein bisschen verteilen Vor allem wenn du sie ja jetzt hochziehst Auf Level 4 Ist ja glaube ich Maximum Wo sie dann ja richtig gut Die Gebäude reparieren können Die Arbeiter Während des Kampfes Das macht dann auf jeden Fall Schon was aus Also Du warst ja glaube ich Max für Rados 13 Jetzt schon angefangen Die Mauern zu machen Jetzt schon das Rados auf 2 gezogen Katapulte schon gelevelt X-Bögen Äh, X-Bögen Inferno schon 2 von 3 gelevelt Adler-Dev schon gelevelt Äh, ja Das sieht doch auf jeden Fall Schon ganz solide aus Aber ich als alter Farmer Würde auf jeden Fall sagen Guck, dass du die Lager rein kriegst Oder du gehst hoch Also das sind so die Möglichkeiten Die ich glaube ich da sehe Denn so Wenn du halt einmal angegriffen wirst Du bist mal einmal Den Tag nicht online Und du hast es in den Lagern drin Dann ist Dann ist zumindest schon mal Das Elex weg Und das willst du ja eigentlich nicht Du willst auf keinen Fall was verlieren Deswegen Ist ja nur meine persönliche Meinung Warte, also würde ich mal eben ganz kurz gucken So, was hat er denn gesagt? Das andere war Fried Fried Hügel VfB Friedhügel Ah, warte, warte Da sind sie Da sind sie alle drin Die Felixe Ja, Felix heißt doch auch glaube ich Der Glückliche, ne So wenn ich das richtig im Kopf habe Aber okay 9 von 10 hatte ich eben schon mal gesagt Wir gucken Weiter Weiter, 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 weiter Viele Grüße auf jeden Fall an dich und deinen Clan Habe ich noch vergessen Also Ja Viele Grüße an Fried Fried, Friedberg war das, ne Ich weiß nicht Das ist immer so schwierig Wenn man da selber nicht wohnt Friedberg in Hessen, genau Viele Grüße nach Friedberg Ich glaube es ist Hessen Es muss Hessen sein So, gar nicht mal so weit weg von mir Gar nicht mal so weit weg Carlito HD Von der X So, Clan Level 4 Wenn noch gesucht wird Benötigte Trophäen Keine Benötigtes Rathaus Level 6 Und auf Einladung Okay Wir schauen mal drauf Was er denn geschrieben hat Hey Fried, ich finde deine Videos echt klasse Ich gucke dich schon seit Jahren Auch wenn mal ein bis zwei Jahre Clash of Clans Pause dabei waren Mach weiter So, ja vielen Dank Und jetzt würde ich mir sagen Besuchen wir dich doch mal So Bum, 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 bum Standard-Szenerie Mauern schon sehr gut Gelevelt Zwei von Also zwei Drittel würde ich mal schätzen Auf jeden Fall schon auf Level 12 Das ist schon mal gut Rest ist Level 11 Also die Orangenen Die würde ich auseinander machen Die würde ich auseinander machen Kannst du ja hier ruhig in die Ecke stellen Anderen stellst du da in die Ecke Ist ja absolut kein Problem Base Design gefällt mir auch gut Das ist ja mal was anderes Wenn sich die Leute mal ein bisschen Gedanken machen Auch hier Dass da so eine Dass da so eine Trophäe So eine Deko noch in der Mitte steht Hier auch Das finde ich ist echt cool Da machen sich mal Leute Gedanken Und denken sich so Ey Da mache ich mal einmal ein bisschen Platz rein Und dann stelle ich mal die Deko einfach da rein Weil es einfach auch geil aussieht Das muss man ja auch mal sagen Also auf jeden Fall sehr schöne Base Schon mal vom Aussehen her Ähm Ja Magier Türme Da sind halt Es sind halt viele Da würde ich gucken Elixiersammler würde ich eigentlich nicht reinstellen Oder zumindest etwas tauschen Ist die Frage Was du natürlich auch noch machen könntest Ich weiß halt nicht ob das passt Also angenommen du würdest jetzt Dieses Mauerstück hier Zwischen diese beiden da Setzen also ein bisschen nach links Und das Mauerstück hier Also etwas nach rechts setzen Dann müsste da doch auf jeden Fall Noch ein Lager reinpassen Weil sich das ja echt wunderbar anbieten würde Ja das hier zum Beispiel Du willst das Dunkle nicht da stehen haben Du willst das nicht da stehen haben Du willst das nicht außen haben Du könntest vielleicht noch Die beiden hier tauschen Also Magier Turm und Barbaren König Und dann nochmal das Dunkle mit dem Barbaren König Aber persönlich würde ich sagen Auch wenn es gut aussieht Mach das weg Versuch das Dass du das da noch Äh Umänderst mit der Mauer Und setz da noch zwei Lager rein Und dann kannst du nämlich Wenn du da ein Lager noch hast Und da auch Kannst du den Turm Schön da hinsetzen Und irgendwo muss doch auch noch einer sein Der Irgendwie Was ist denn noch ein Wo haben wir denn noch einen Magier Turm Den wir noch nehmen können Wobei das ist eigentlich perfekt Der Magier Turm deckt das noch mit ab Und der Magier Turm deckt das auch noch mit ab Von daher würde ich sagen Das passt auf jeden Fall ganz gut Ich gebe dir jetzt hier deswegen Eine 8,5 Von 10 Carlito HD So Jetzt gucken wir mal weiter So Klar Community Spieler suchen Nein Der hat kein Der hat kein Kürzel dabei geschickt Ah Mann Ist nicht gut So Ähm Dumm 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 Oh warte Warte Hier haben wir noch einen Q0 Ähm PL 8 R R Q Y Parlexify Und Rocky Er sagt Rocky nach meinem Hund benannt Sehr gut Also Klein Level 10 Er ist auf 649 Sternen Ist in Silber 1 Eigentlich eine sehr gute Liga Wäre ein bisschen höher Vielleicht noch Würde ich dann sehr gehen zum Farmen Aber vielleicht findest du da ja auch richtig gute Sachen Das müsste man mal ausprobieren Ich weiß jetzt nicht auswendig Ob da jetzt so mega gut zu farmen ist Helden sind schon sehr gut gelevelt Wahrscheinlich doch eher ein frischer 13er würde ich jetzt mal schätzen Aber das werden wir jetzt gleich noch sehen Ungefähr 500 Millionen gefarmt Clan Haben wir ja schon gesagt Ist An den Hund angelehnt Nach dem Hund benannt Und jetzt schauen wir mal drauf Was Parlexify uns denn hier so bietet Ja ist noch ein frischer Frischer 13er Er sagt Hallo lieber MBF Ich schaue deine Videos schon sehr lange Und würde mich freuen Wenn du mal vorbeischauen Wenn du mal bei mir vorbeischauen Habe zwei Accounts Kannst du einen aussuchen Ich hab jetzt einfach mal den hier genommen Und weil der andere sagt Der wäre ein bisschen gerusht Und ich will jetzt nicht auch in jeder Folge Nur noch gerushte Drinnen haben Und ich denke mal Das hier passt auf jeden Fall ein bisschen besser rein Also Wir fangen mal an Base Layout ist eigentlich bekannt Ich weiß nicht Ob das jetzt hier Sinn macht Da unbedingt noch so viele von den Mauerstücken rein zu machen Ansonsten auf jeden Fall Hybrid Base Aber hier auch Eins, zwei, drei Lager nebeneinander Solltest du vielleicht mal gucken Da würde das Zum Beispiel Da würde das Da könntest du die Clamburg hinstellen Da wo jetzt die Bogey Queen ist Dann könntest du da zum Beispiel noch ein Lager hinstellen Weil du da ja auch noch Den Inferno hast Und könntest dann zum Beispiel Da oder da noch ein Magierturm hinschicken Oder hinsetzen Oder einen Bombenturm Da auf jeden Fall auch Da oder die Die zumindest schon mal tauschen Da auf jeden Fall Und hier die würde ich auch mal tauschen Da vorne Das halt immer noch so ein bisschen Flächenschaden Bei den Lagern hast Was aber auf jeden Fall bei den Lagern gut ist Dass du die schön verteilt hast Ansonsten würde ich glaube ich Die auch noch ein bisschen vertauschen Denn du siehst das ja jetzt Dass sie sich ziemlich weit überlappen Vom Radius Du willst ja eigentlich Dass die alles abdecken Vom Radius her Und wenn sie sich halt überlappen Dann verschenkst du so ein bisschen was An Radius von den Minenwerfern Kommen wir aber mal Zum Fortschritt Die waren schon alle Maxed für Rados 12 Die Mauern Also alle schon auf dem 13er Level Jetzt ist er schon dabei Die auf Level 14 zu ziehen Ich weiß Das ist eine ziemliche Arbeit Aber es lohnt sich Katapult Sehr schön Beide in der Mitte Und das eine wird gerade ausgebaut Das andere wird gerade gebaut Feger stehen nicht zu dicht Beisammen Ist auch schon mal ganz gut Infernus Sehr großes Dreieck Aber ist in Ordnung Auf jeden Fall Auch insgesamt Und etwas weitläufiger Die Base Außen hat er schon die neuen Kuchen stehen Helden habe ich ja eben auch schon gesagt Die sind schon auf jeden Fall Auch schon gut gelevelt Da kann man ja wirklich nicht meckern Bei den Helden Deswegen Ich will es jetzt nicht zu lange ziehen Deswegen von mir auch Eine 8,5 Von 10 So Jetzt gucken wir mal eben Dass wir hier noch weitermachen Also Y Ach verdammt Ich will immer auf der Mit Bluetooth verbundenen Tastatur Vor meinem Tablet rumdreschen Aber ich habe Bluetooth aus Deswegen muss ich jetzt die hier nehmen Also ich spiele nicht am Computer Nicht wundern Wenn ich mal irgendwann Was von der Tastatur rede Weil ich jetzt Ich habe so eine Hülle fürs Tablet Wo du dann das quasi Wo du so eine Tastatur dran hast Kann ich nur empfehlen Macht die Bedienung echt leicht Oder leichter Erleichtert das Leben auf jeden Fall sehr Wir gucken mal drauf Klein Fossi König der Spiele 101 gewonnene Sterne 3 gewonnene Angriffe Gold Und er ist Radar aus 10 So Helden auf Level 19 Das ist jetzt schon mal nicht schlecht Ja Er kratzt an den 100 Millionen Was das Stehlen angeht So König der Spiele Das ist der Clan Level 11 Er sagt Moment Wir besuchen ihn natürlich erst Hallo Fred Würde mich sehr freuen Wenn du mein Dorf bewerten könntest Bin jetzt seit kurzer Zeit Radar aus 10 Und spiele schon seit 3 Monaten Ich weiß dass die Helden Ein bisschen gerusht sind Finde den Sprung von Radar aus 8 Auf Radar aus 9 Zu groß Ja da ist natürlich Bei Radar aus 9 Das Problem Da hast du 2 Mauern Also du hast Level 9 Und Level 10 Und du kriegst noch die Königin dabei Das ist natürlich problematisch Allerdings kriegst du jetzt ja hier auch die Infernus dabei Aber es sieht doch so schön aus Also ein Max Trados 9 Ist mein absolutes Lieblingsdorf Weil du halt alles so schön Pässig hast Ich mein er hat jetzt natürlich Jetzt hier schon Level 10 Vom Radar aus Aber guckt euch doch mal die Mauern an Die sind so gut Die Level 10 Mauern Sind die geilsten Mauern im Spiel Finde ich Ich finde die wirklich gut Gefällt mir sehr gut Muss ich auch mal wieder eine Folge machen Wo ich die Mauern alle bewerte Glaube ich Aber okay Ansonsten Das finde ich eigentlich ganz clever gelöst hier Du hast hier 2x Elixiersammler Da hast du auch nochmal Mine und Sammler Da hast du dann aber einen Magier-Turm Der jetzt eigentlich auch das Lager auch noch mit abdeckt Das gleiche Spielchen dort Das gleiche Spielchen natürlich da auch Was du dann auch machen könntest Wäre eigentlich Den Bombenturm hier Moment Den Bombenturm da hinzusetzen Weil der dann auch noch die beiden Lager mit abdeckt Und vielleicht sogar noch in Richtung von dem Sammler geht Und das gleiche könntest du jetzt hier machen Indem du die beiden Sachen hier tauscht Das wäre natürlich super clever Luftabwehr ist eigentlich auch schön verteilt Kann man auch nichts sagen Minenwerfer sind schön verteilt Ja gut Rater Klarburg ist jetzt zwar nicht so super weit außen Und die Lager sind jetzt halt auch alle sehr mittig Andererseits Es hat halt immer alles seine Vor- und Nachteile Ich meine auf der einen Seite sind die alle super mittig Auf der anderen Seite Ist es halt auch halbwegs sicher gegen die Schleichkobolde Weil du mit denen ja auch wirklich erstmal dahin kommen musst Und die Strecke ist etwas länger Und desto länger denn diese Strecke ist Beispielsweise jetzt hier von der Grenze außen Wir sehen das jetzt ja hier Wo diese Grasnarbe ist Desto weiter die Strecke ist bis zur Mitte Und dann natürlich noch zu den weiteren Lagern Desto besser ist es natürlich Weil die Schleicher es dann etwas schwieriger haben da reinzukommen Finde ich hier insgesamt ganz gut Ist gut gelöst In der Mitte noch die X-Bögen Infernos hast du ja auch noch am Start Luftfeger nicht zu dicht beisammen Ja gut den könntest du ja Den würde ich aber eigentlich eher nach da noch setzen Dann hättest du noch die Symmetrie gewahrt Also wenn du den hier noch nach da setzt Und dann nach unten zeigen lässt Aber insgesamt eine wirklich schöne Base Auch vom Fortschritt her passt das doch alles Und 9 von 10 gibt es für die Base Von Klein Fossi Von König der Spiele Und wenn du auch besucht werden möchtest Lass doch gerne auf jeden Fall eine Bewertung da Also like gerne das Video für mehr Dorfbesuche Und vergiss auch nicht den Creator Code MBF einzugeben Einfach ein Bild machen Eben den Screenshot machen Und dann das ganze schicken an CodeMBF at gmail.com Morgen gibt es wieder neue Besuche Ich freue mich drauf Also wünsche ich dir noch einen schönen Tag Lass es krachen Und bis später Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020